Morgen übrigens, mit Z5 zusammen im Brauner Kamal Osterboden, aber ich glaube, da ist keiner da, denn ihr seid ja hier. Das ist auch gut so. Feedback an das Team vom Psycar Festival, von Aufwand für eure Arbeit, für reibungslose Abläufe, alles perfekt organisiert, das Rundungsauflos-Paket. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend mit den anderen Bands. Haut rein und feiert schön. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.